Vergessen Sie niemals, dass Kinder die gefährdensten Personen im Wasser sind. In nur 27 Sekunden kann ein Kind ertrinken. Wenn Sie schwimmende Gegenstände verwenden, achten Sie auf Folgendes. Schwimmkissen oder Schwimmflügel geben einen falschen Eindruck von Sicherheit. Sie müssen immer entsprechend der Größe des Kindes angewandt werden, damit Sie nicht von den Armen rutschen können. Schwimmkissen können sich umdrehen und das Kind mit dem Kopf unter Wasser drücken. Schwimmwesten und Schwimmnudeln sind die sichersten Methoden. Letztere geben dem Kind eine große Bewegungsfreiheit, um schwimmen zu lernen. Lernen Sie Ihrem Kind das Schwimmen vom ersten Lebensjahr. Gehen Sie immer mit Ihrem Kind ins Wasser. Sollte dies nicht möglich sein, verlieren Sie Ihr Kind aber niemals aus den Augen. Das ist eine Empfehlung des Cabildos. Die Gewässer der Kanaren. Sicherheit um jeden Preis. Die Gewässer der Kanaren. Sicherheit um jeden Preis. Untertitelung des ZDF, 2020